Hey Leute, kauft beim Trödler Abraham Seht euch Wallung beim alten Abraham Ich hins bis an der Erdeende ob ichs Wunderbares fände Packungen Ich habe das Ops in der Ops 7 Und drüben Und Siege, hast du eingekauft das? Ja, ich sag dir was, gib mir, ich sag dir was. Schau, da sind ein paar, wo die Maue wohnen. Und Susanne hat schon was bekommen, ja? Na, servus, servus. Du, das Holmutter, kommen wir in den Fernsehland einigen. Ja. 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 Na, ja. 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 Und schon was gekauft, ja? Ja, ja. Servus! Ich bin in der Dienstzeit nichts zu trinken, weißt du? Ja, ja. Ich mache dich nicht recht mit dir. Ja, ja. Du bist etwas so wichtig. Ja, ich mache noch nicht gleich mal. Auf der und an. Auf die und an. Auf der und an. Auf der und an. Auf der und an. Auf der und an. Das war's für heute. Was tust du da? Das einzige Geld, was ich habe, muss ich einnehmen. Das hilft nichts. Was mache ich noch ein Minus? Das ist das Wichtigste, die Ausgabe. Wer ist da, Chef? Bitte, ja. Kleine Stampe. Kleine Stampe, oder? Als erstes mal der Lama. Wie ist die Lama? Wird das passen? Komm, einer hat dich gespaß. Das ist gut. Okay. Komm, schau. Du hast ja auch das passen. Das ist richtig. Ich hoffe, das Geschäft passt. Ich weiß nicht, es ist gut. Das sieht ja auch nicht so gut. Komm, eins. 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 Das ist ja. Ja, was? Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, ja, ja. Das war Franzi. Servus Franzi. Und nichts Eingehafter. Noch keine Zeit gehabt. Sie sind erst gekommen. Der Durst steht einmal vor. Auf jeden Fall. Ja, ich möchte alle Gäste begrüßen bei dem wunderschönen Tag. Heute beim Flohmarkt, beim Erich Wiedner und seinem charmanten Hund. Der ist heute unterwegs. Er tut sich, glaube ich, stärken beim Schieserl-Woster. Und ich möchte mir vorstellen, ich bin die Astrid Kaum aus Eckersdorf. Und ich habe euch ein bisschen eine Schatzkiste mitgebracht. Mit den besten Schlagern. Und auch ein paar alten Evergreens. Und ich möchte weitermachen mit dem nächsten Titel. Der ist jetzt ganz aktuell. Kurz vor Mittag. Der Titel heißt Erster in Cappuccino. So, Spaß. Du bist Traum und eine Füllung für dich. Meine Welt dreht sich nur um dich. Ein guter Abes, nur denke ich. Es ist ein Cappuccino, dann ein Bissimino, und dann sind wir wieder. Und dann sind wir wieder. Du hörst nicht der Geltung, der Geltung wird in den Händen. Oh, es ist ein Cappuccino, und dann sind wir wieder. Es ist ein Cappuccino, dann ein Bissimino, und es ist ein Cappuccino. Das ist ein reiniger Versuch. Ich weiß nicht auch. Wenn er gut aufkeigt ist, geht er. Das ist ein reiner Versuch. Siehst du? So, ich sitze auf einmal ein bisschen zu machen, lass uns mal. Ich bin jetzt wohl in die Tiefe hier. Ich bin wohl in die Tiefe hier. Sie bleiben, ich bin noch davon. So, ich bin jetzt wohl in Light. Ich bin jetzt kurz in Light. Ja, man, wo ist denn was, eh? Vielen Dank. 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 Er genießt es richtig. Bravo. Hey Leute, heute kauft,